Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Factorio. Beim letzten Mal haben wir unseren ersten Akkumulator gebaut und Batterien angefangen herzustellen. Äh, acht, neun. Geben wir noch eine? Danke. Damit haben wir zehn Stück. Lasertürme sind endlich fertig. Sehr schön. Für Lasertürme brauchen wir nämlich Batterien, Stahlträger und elektrischen Schaltkreis. Lasertürme, Feuerrate. Gerne. Die kosten nur Rote. Das heißt, nehmen wir super gerne in den Empfang. Lasertürme, Lasertürme. Fünf Schaltkreise. Drei Stück. Stimmt, drei Stück ist ja alles, was wir brauchen. Ich erinnere mich. Gut. Wir wollen langsam nämlich unsere Verteidigung aufrüsten, dass wir nicht die ganze Zeit Munition bauen müssen. Und die einfachste Variante ist, diese Türme hier durch Lasertürme zu ersetzen. Ist zwar energietechnisch teuer, aber okay. Nachher, bis die soweit sind, kann ich eigentlich mal die restlichen Akkumulatoren aufstellen. Obwohl, das wird sich fast sogar anbieten, die hier in der Nähe aufzustellen. Dann sieht man nämlich immer, wie das mit der Energie aussieht. Hier oben. So, das darf weg. Stattdessen der hin. Kreiert Stromkabel. Nehmen die Türme, sind schön und gut. Und... Noch eins. Wie viel Schaden machen die eigentlich? Fünf Laserschaden, okay. Drain, sechs Kilowattstunden. Brauchen die dauerhaft. Einfach nur, um aktiv zu bleiben, bin ich das richtig? Ja, die gehen über die ganzen Lichter und so ein Kram drüber. Aber okay. Tötung und Schaden gewirkt, sehr schön. Da muss ich mich nämlich hier nicht mehr darum kümmern, die Sachen die ganze Zeit... Ja, ihr wisst schon, nachzuladen. Dann kann ich mich gelegentlich um das Ausbessern der Wände kümmern und Ende. Wenn die überhaupt dahin kommen. So. Das nächste... Ach ja, genau. Ich hab gesagt, ich wollte die Akkumulatoren hier oben hinstellen. Find ich eigentlich ein Inventar, die Dinger? Wahrscheinlich nicht. Verträgen kann man übrigens nicht aufladen, außer die eigenen. Nö, passt schon, okay. Eins, zwei, drei. Halt, nicht dahin, auf gar keinen Fall dahin. Damit haben wir zwei Akkumulatoren dort. Zwei hier. Man kann von denen nie genug haben. Man kann ja mal anschauen, wie das aussieht. Wow, 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 die machen zu viel Schaden an meinen Türmen. Ach nö, das sah nur so aus. Okay. Aber die schießen viel zu langsam und machen viel zu wenig Schaden. Aber okay. Mir gefällt es trotzdem, wie die hinarbeiten. Da noch. Einen Akkumulator kann ich noch bauen. Daheim. Die sind alle schön voll. Wenn ich mir mal anschaue, wie viel haben wir? 50 MJ. Das hält nicht lang. Das ist eine sehr, sehr kleine Menge für eine sehr, sehr kurze Zeit. Allerdings geht es auch gar nicht darum, dass man da die größten Effektivitäten alles hat. Ach ja, Batterien sind das einzigste 15, 15. Da verdoppel ich nämlich die Menge, die ich habe. Gerne, wenn ich einfach die Batterien hole. Da ist mein Transport. Weil die dann doch etwas schwach sind. Noch. Oder sind. Oder allgemein. Schwer zu sagen. So. Drei Stück. Die sind einfach unglaublich energieintensiv. 600 kW brauchen die, während die schießen. Wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest. Außer das ist denen ihre Ladekapazität. Wenn man es mehr Energie verbraucht. Das heißt, das brauchen die, wenn die schießen. Okay. Nimm das Ding und fertig. Hupp. Man hat gesehen, die haben einmal ganz kurz alle gefeuert und die Sachen aufgeladen. Das ist, daran sieht man immer, dass sie laufen, dass sie so schön riesen Lichteffekte machen. Okay. Das funktioniert noch mit der Eisenproduktion. Kupferproduktion haut natürlich nicht hin. Aber das muss man wusste, habe ich ja vorher schon gesagt gehabt. Das heißt, ups. Da muss ich mal ganz kurz ändern. Eins von denen. Dann erweite ich einfach meine Produktion ein wenig. Um einen relativ ineffektiven natürlich. Aber okay. 35.000 ist es auch noch eine Menge. Den auch nochmal. Danke. Nur habe ich mich jetzt ausgegrenzt. Oder ausgesperrt, wie auch immer. Gut. Jetzt passt es wieder. Und jetzt sollten auch alle drei laufen. Und dann sollte die Kupferproduktion auch eine ordentliche Überproduktion schaffen. Wie viele von denen ich rumliegen habe. Oh ja. Laserturmfeuerrate. Sehr schön. Dann können wir damit mit arbeiten. Stimmt. Ich erinnere mich. Wir haben gesagt, irgendwie müssen wir die Sachen hier runter transportieren. Schadenserhöhung. Nö. Feuerrate 2 könnten wir gleich machen. Andererseits denke ich, dass eine Schadenserhöhung noch besser ist. Militär 2 würde mir ermöglichen. Handzubrechende Munition und Handgranaten zu nutzen. Nö. Sprengstoff brauche ich für Raketentechnik. Die ist für die höherstufigen Sachen notwendig. Ich glaube, mir geht es tatsächlich am besten an die Schadenserhöhung an den Lasertürmen. Am Anfang mal. Okay. Ich gehe nicht übers Wasser. Gut. Das heißt, ich kann nämlich hier übers Wasser gehen. Und zwar kann ich ein bisschen weg bauen. Einfach nur, dass ich hier hinkomme. Lieber so. Okay. Und von hier oben. Eins mehr. Dann kann ich nämlich den hier hin tun. Und dann kann ich mit einem einfachen Knickroboter. Ah, es wurde Licht. Ja. So arbeiten. Und die Sachen aus der Kiste rausnehmen. Und dann nach unten transportieren. Halt. Wieder über die Variante, bitte. So. Nach unten. Halt. Da hinten. Ich muss ja aufpassen, weil die Dinger schon relativ zügig hinter mir herlaufen. Moment. Das bin ich zu tief, oder? Ja, ich bin zu tief. Gut. Ich werde die jetzt mal kurzzeitig da deponieren. Ach nein. Ich bin ja immer noch nicht. Ich bin ja noch nicht bei meinen anderen Dings. So. Ähm. Das hier. Und nach unten. Ich mache das jetzt mal kurzzeitig über die Variate. Nach unten. Ja, ich laufe hier so seitlich auf diesem Fluss. Und während der gemütlich mir weiteren Nachschub gibt. Ups. Habe ich versehentlich einen abgebaut. Okay. Hier haben wir Batterie in unserem Zeug. Äh. Jetzt muss ich nur irgendwie in diese Gegenrichtung laufen. Da ist das Plastik. Und dann kann ich wieder einen zusätzlichen noch hier hin tun. Wie viele von dem Zeug rumlaufen. Wie viele von dem Zeug rumlaufen. Das ist natürlich ein größeres Ding. Und eins und rüber und eins und rüber. Bis das Laufmann voll ist. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen. Das wird nicht voll. Aber. Ähm. Ja. Das dauert eine Weile. Von denen automatisch. Von den Großen haben wir auch einen guten Schwung. Batterien. Und was ist das letzte, was ich für die blauen Fläschchen brauche? Ja. Stahlträger. Oh. Ja. Ich habe ja keinen Stahl. Okay. Ähm. Eins von denen. Eisenträger bitte. Und zwar dann einmal dahin. Dann. Achja. Kohle brauche. Äh. Ich muss. Hm. Ich werde das mal hier hin tun. Dann werde ich kurz tatsächlich auf das andere warten. Bevor ich das mache, werde ich tatsächlich auf den Lichtbogenofen warten. Der Lichtbogenofen ermöglicht mir nämlich zu schmelzen, ohne die ganze Kohle zu brauchen. Ansonsten kann ich hier Kohle rumtransportieren. Das ist nervig. Bogenofen brauche ich dafür glaube ich gar nicht. Und naja. Äh. Die Dinger. Ich könnte mal. Äh. Man kann sich ganz langsam mit den Dingern vorarbeiten. Und immer wieder und Schritt für Schritt das machen. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich mal. Spiel. Speichern drücke. Okay. LP. Yep. Ah. Stimmt. Ich freue mich immer aufs Thumbnail erstellen. Hey nö. Das spaßigste eigentlich ist wirklich im Moment die Audiobearbeitung. Die Videobearbeitung. Naja. Muss ich ja nicht wirklich was machen. Bei Audiobearbeitung ist schon ordentlich was. Okay. Da oben ist wieder so ein Cluster an Gegnern. Nicht, dass sie irgendwas erweitern wollen. Oh ja. Wir haben Shotgun noch nicht gesehen. Oh ja. So sieht die Shotgun aus. Wenn er nicht gerade in dem Moment K.O. gehen wird. Und man sieht die ist relativ mäßig effektiv. Ich habe die Bäume gekillt. Ach ja. Äh. Zwei Türme in einem Kampf verwickelt. Keine große Sache. Also Shotgun ist sehr gut um. Da dürfte eine kleine. Ich kann mich hier nicht bewegen im Wald. Das ist das Problem. Schadenserhöhung. Äh. Jetzt wollte ich haben. Das hier. Genau. Für die Lichtbürgenhöfen. Oh. Ich werde verfolgt. So. Sehr schön. Man braucht ordentlich Ammo. Ich kann ihm mal zusätzliche Shotgun-Kondition herstellen. Wichtig ist übrigens immer zu schauen, dass die Rüstung ganz bleibt. In dem Moment wo die Rüstung kaputt ist. Ist man tot. Warum sind die eigentlich ständig im Wald die Dinger? Deshalb lohnt es sich immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. 4600. Das hält noch. Übrigens das steht auch auf der Killliste wenn Bäume oder so ein Schmarrn tötet. Bam. Was für eine Munitionsverschwendung. Gegen große Mengen an Gegner die sich so anreihen ist die Waffe übrigens unglaublich gut. Die Shotgun. Wenn ich mal auf die Waffe wechseln würde. Da hat man weniger rundherum Angriff. So. Sie kommen ran. Also muss man auf Shotgun wechseln. So. So. Ich glaube gegen kleine Mengen an Gegner sind die relativ gut. Man merkt halt. Ähm. Ja. Die gehen schon auch. Könnte tatsächlich sein, dass ich eventuell. Das ist jetzt mehr oder weniger mit dem Kamikaze ran. Okay. Ich mache viel zu wenig Schaden dafür. Rüstung achten. Auf die Rüstung achten. Okay. Rückzug. Ich habe noch keine. Ich brauche Waffen die mehr Schaden machen. Puh. Aber das war auch mal spaßig da ein bisschen was zu machen. Man kann anschauen wie viel die Rüstung noch hat. 4.000 das geht. Ich habe mich relativ gut angestellt. Sagen wir es mal so. Ich hoffe nicht, dass die demnächst einen größeren Angriff planen. Ein Schaden nur pro Schuss. Wahrscheinlich sind die gepanzert und ich würde wahrscheinlich mit der panzerbrechenden Munition gut hinkommen. Okay. Habe ich irgendwas was ich sonst noch bauen könnte? Nö. jede Menge Bäume, die ich angeschossen habe. Okay. Nichts was so ein großes Problem wäre. Aber damit haben wir ein bisschen mit der Zeit vereinfacht, die wir gebraucht haben für ein paar Sachen. Wow. Von denen haben wir gute Mengen. Das ist schön. Oh, nur noch ein Treffer auf meiner Stahlspitzhack oder zwei oder so. 200. Okay. Eine Handvoll noch, aber trotzdem. Stimmt. Ich habe gesagt, ich warte auf diesen nämlichen Lichtbogenofen. Ansonsten kann ich nämlich die Stahl nicht schmelzen. Und Lichtbogenöfen sind ein bisschen breiter als die anderen Sachen. Die Frage ist, ob es sich nicht lohnt. Ich brauche dafür Eisenplatten. Eisenplatten sollte ich hier haben. Mit Hilfe von den Dingern sich vorzuarbeiten und einen größeren Verteidigungswald zu errichten. Oder so kleine Außenposten mehr oder weniger. Jetzt brauche ich mal ein paar von denen. Und dann brauche ich mehr Eisenplatten. So. Ich könnte natürlich theoretisch auch die Sachen von hier nehmen. Gut. Damit haben wir einen Unschwung. Damit kann man dann zum Beispiel, wenn ich mal hier unten hingehe. Oh, ich brauche Welle. Ich brauche mehr Welle. Mit der Anzahl, die ich im Moment habe, komme ich nicht zurecht. Ansonsten gehen meine Sachen zu leicht drauf, meine ich damit. Wenn ich mal das hier hole. Hier der mir jetzt Siegelstein. Und Mauern daraus baue. Sechs Türme. Sieben Türme. Ich brauche glaube ich noch zumindest einen mehr. Ach Batterien. Ja, Batterien. Das alte Ding. Ich bin froh, dass es im Normalfall nicht die Eisenplatten sind. Von mir aus nehme ich alle mit. Ich nehme noch eins. Gut. Und wieder nach oben. Mit dem Plastik mit. Von dem wir auch eine gute Menge haben. Von dem man auch nicht so arg viel braucht. Es gibt Sachen, von denen man wesentlich mehr braucht. Zum Beispiel Batterien. Ja, um einfach ein einfaches Beispiel zu nennen. Mit den Batterien. Moment. Von wo kommen die? Sind das die Gegner, die mich da belästigen? Oder die Gegner, denke ich. Irgendwas, was man machen kann, ist, man stellt einen solchen Turm hier auf. Geht auf maximale Reichweite. Und stellt so ein Ding auf. Dann... Dann muss ich mal schauen, wie viele Türme ich tatsächlich brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf brauche ich noch. Und dann zieht man eine Maul drumherum. Und damit hat man so ein mini kleines Defense Camp. So. Natürlich brauche ich noch ewig lang, bis die Sachen gefertigt sind. Aber in der Theorie sollten die dann funktionieren. Die einzige Sache, die man dann natürlich noch dazu braucht, ist... Ich kann hier drauf... Ne, ich kann noch auf den großen Strommasten nicht klicken. Ich glaube, das geht nur bei den kleinen, bei den eins an, bei den mittelgroßen und so. Ne, keine Ahnung. Akkumulatoren. Man sieht, wir haben sehr, sehr wenig Akkumulatoren. Das heißt, es kann sein, dass es gar nicht hinhaut. Wie ich das so geplant habe. Eins, zwei. Oh, ich brauche sogar nur noch einen... Das war zu blöd, das war Blödheit von mir. Das heißt, vier, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Stück braucht man dafür, für so ein Camp. Und wenn ich dann mal ganz gemütlich mich ein wenig anschleiche an die Gegner. Und dann mal ein paar mitnehmen zum Testen. Das hat sogar funktioniert. Was sagt er hier? Zehn Türme sind in einen Kampf verwickelt. Nicht, das ist ein großes Ding, Bär. Schließlich sind es fast schon zehn Bäume... äh, zehn Türme. In einem Kampf gegen zehn Millionen Gegner. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen und Türme. Ach ja, was ich hauptsächlich sehen will ist... Ja, man sieht die Kapazitoren kämpfen gegen. Aber solche Defense Outposts sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wie viel Energie verbrauchen die eigentlich im Standby im Moment? 108 kW, das geht. 108 kW, das geht. Ein Solarpanel produziert 60. Am Tag. Und an einer Zeit null. Null. Oder weniger bis null. Naja. Aber es ist cool, finde ich. Wenn ich noch ein paar mehr Kapazitoren bauen würde. Wofür ich natürlich tonnenweise Batterien brauche und Eisenplatten, die ich nicht habe. Ich glaube, in dem Fall sind es die Eisenplatten sogar eher. Ich nehme mal wieder ein bisschen was mit. Dann baue mal kurz einen von denen. Und dann mache ein Maximum aus denen raus. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich die hier... Ich baue den einfach mal nur hier in die Mitte, um zu schauen, wie viele ich da reinkriege. Moment, das passt nicht. Ah, okay. Da haut eins nicht hin, aber okay. Ja, ich weiß, dass es deutlich schöner aussieht, wenn man die ganz Großen hat. Diese... Die... Umladestation. Okay, so ist auch in Ordnung. Jetzt haben wir hier jede Menge Kapazitoren. Wenn man sich anschaut von der Stromversorgung. Wie viel die Energie ziehen. 1,2 MB. Das ist das, was wir auch produzieren können später. Wenn man... Das andere macht. Ja, ich werde die später auslagern an schöner Positionen und so weiter. Haben die Schaden genommen, meine Supertürme? Oder wo haben wir Schaden genommen, wäre jetzt die Frage. Oh, die haben wir tatsächlich Schaden genommen. Aber man sieht, das ist so ein kleines Encampment, das einem davon abhält, direkt an der Basis angegriffen zu werden. Electric Demand Satisfaction. Kein Solar Panel. Das Arm in die Gegend durchschaut. Aber man hat gesehen, wie die Kapazitoren benötigt werden. Wow, 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 wow. Das ist ganz schön viel. Ich muss ein bisschen hier hingehen. Zwölf Türme ist in einem Feuergefecht. Überraschend. Hör mal auf, die ganze Zeit den Schmarrn zu machen. So. Und... Energie... Ja. Jetzt funktioniert das mit den Dinger. Man muss halt, für solche Encampment natürlich einfach im Vorhinein vorbereiten. Das ist einfach alles. Das macht so viel Spaß. Gut, damit haben wir die Wartezeit für die erweiterte Metallverarbeitung so gut wie abgeschlossen. Wie viel brauchten die eigentlich? Man sieht inzwischen auch 30 Sekunden pro Stück. Pro Forschungseinheit. Und man merkt, die Sachen sind noch lange nicht ausgelastet, die Sachen, die wir produzieren. Oh yeah, wir haben schon eine ordentliche Menge von den automatischen Dinger. Noch nicht so viele wie von den Schaltkreisen. Aber trotzdem. Es funktioniert. Und das ist das Wichtige. Wow. Mir fällt auf, ich habe so keine 60 FPS mehr. Wahnsinn. Es sind tatsächlich nur noch 58 oder 56. Aber das ist trotzdem noch in Ordnung. Dafür, was wir hier rumliegen haben und durchs Gehen haben und alles. Dann kann ich ja schon mal anfangen. Zwei von denen zu bauen. Das eine wird das Ding da runter nehmen. Eins, zwei. Ich glaube, die sind etwas breiter. Drei oder vier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Halt, ich brauche hier einen Intelligenten stattdessen. Ich brauche hier nur Eisenplatten. Halt, ich brauche keinen Intelligenten. Egal. Von mir habe ich jetzt einen Intelligenten. Ist auch wurscht. Wir produzieren von denen und fertig. Ich habe ordentlich Munition verbraucht. Nina will ich nachfüllen. Kann ich eigentlich nicht auch einen persönlichen Laserturm bauen? Ich will eigentlich nicht unterbrechen, aber Laser verwendet man für Militär 3 und Lasertürme. Militär 3 ermöglicht. Kampfflinte. Verlangsamungskapsel und Giftkapsel. Okay. Und Militär. Militär. Vier. Mit welchem Panzer brechenden Schrot. Wow. Das ist ordentlich was. Aber Lasergewehre kann ich nicht herstellen, oder? Kampfroboter. Man schmeißt einen Kampfroboter und die kämpfen dann kurz Zeit für die eigene Sache. Ist nicht sonderlich lang haltbar, glaube ich. Aber im Normalfall ist es eigentlich nur, braucht man sowieso nicht lang. Man geht in Camp und fertig. Wow. Wir sind ordentlich eingeschlossen von den Gegnern. Wenn ich das mal so sage. Sehr gut. Die fortgeschrittene Produktion ist abgeschlossen. Kugelfeuerrate von mir aus. Wie schnell ist die Forschung? 60 Sekunden. Okay. Vielleicht nehme ich dann doch mal etwas anderes vorerst. Militär 2 zum Beispiel. Das andere ist mir etwas zu langsam. Ähm. Genau. Ich habe gesagt, einen von den Lichtbogenofen. Für das brauche ich erweiterte Schaltkreise und Ziegelsteine. Ziegelsteine habe ich nicht mehr. Okay. Die fünf Schaltkreise habe ich zufälligerweise gefunden. Auf dem Weg hierher. Okay. Und dann. Die ziehen übrigens Energie ohne Ende auch. Die Lichtbogenofen. den nehmen. So. Einen Lichtbogenofen bitte. Die kann man auch noch manuell herstellen. Ich glaube, die. Es gibt später etliche Items, wo man Zwischenschritte von Maschinen herstellen lassen muss, wenn man die manuell nicht herstellen darf. Okay. Drei Stück ist und ist es breit. Gut. So bitte. Und dann darfst du dorthin legen. Lichtbogenofen. Man sieht, der ist nicht allzu schnell. Und wie viel Energie zieht dieses Ding? 180 kW. Wenn ich das mal hier anschaue. 180 kW. Der ist über den Lasertürm im Standby. über den meisten Sachen. Über den gesamten Forschungslaborkosten. Und allem möglichen drum und dran. Moment. Wenn ich den hier rotiere. Wo legt er das hin? Auf die Seite. Okay. Das nützt mir nix. Ich könnte natürlich. So machen. Einen Greifarm holen. Für, dass ich keinen Kupfer mehr habe. Kupfer habe ich hier unten. Kupfer habe ich auch hier unten in der Produktion. Das sollte ich nicht vergessen. Einen Schaltkreis von denen. Äh, nicht Schaltkreis. Einen von denen hier. Stromverbindung. Dann werde ich den hier mal temporär disable. Dann werde ich hier ein unterirdisches Band. Ich hätte mir das natürlich sparen können, wenn ich einfach dieses Ding umgebaut hätte. So. Und jetzt brauche ich einmal eine Factory 2, wofür ich Eisenplatten brauche. Danke. Kann es sein, dass meine Schmelzerei hier nicht schnell genug ist? Und zwar brauche ich noch meinen Lichtbogenofen, für den ich mehr Kupfer brauche. Oh, stimmt. Ich muss ja die Dinge herstellen. Egal. Ähm. Hier. Das darf dahin. Und dann einen mittleren Strommasten. Achja, äh, mein Lichtbogenofen braucht immer noch eine Weile. Währenddessen geht natürlich hier gar nichts los, das ist klar. Ich schmeiße einfach mal den Teil da rein. Die Lichtbogenöfen sind, glaube ich, deutlich schneller von der Produktion auch. Die haben Geschwindigkeit 2 von der Verhüttung. Und die haben... Ah, nö, die sind gleich schnell. Okay. Aber man kann sie aufrüsten, das ist die Sache. Und dann hat sich das eigentlich gar nicht gelohnt, das eben zu machen. Naja. Stimmt, den brauche ich dann auch gar nicht mehr. Der ist unnötig. Ich hätte nicht gerne so viel umbauen müssen. Ich hätte es einfach nach rechts verschieben können und fertig. Nö, geht nicht mal. Okay. Okay. Dann brauche ich den hier hin, den da hin. Gut. Dann werde ich den hier hin stellen. Hier weiter das haben. Hier weiter das haben und das hier. Dann brauche ich einen von denen, der das hier macht. So. Und schon haben wir Eisenplatten auch wieder. Und das darf da rein. Dann habe ich noch Schwefe rumfliegen in meinem Inventar. Da. Du nimmst Schwefe. Die haben das Maximum. Das einzige Problem sind noch die Eisenplatten. und dann habe ich gesagt, einen von denen. Einen von denen. Und du stellst bitte blaue Fläschchen her. Okay. Bei mir langsam werden die Materialien teuer. Achja. Ähm. Da. Okay. Und dann will ich natürlich noch einen weiteren Greifarm haben. Und klick, 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 klick. So. Ab jetzt haben wir automatische blaue Fläschchenproduktion. Gut. Ich denke das reicht dann für die Episode. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder schauen, dass wir ein bisschen weiter machen, dass wir die Fläschchen zu den Laboren bekommen. Ist ja auch noch ein Problem. Und vielleicht unsere Verteidigungsaußenposten vorn. Und unsere vorgeschobenen Außenposten ein wenig optimieren. Okay. Aber es ist tragbar, die Menge an Schaden, die hier gemacht wurde. Das ist fast gar nichts. Ich würde ja normalerweise, wenn hier nicht dieser ganze Wald wäre, könnte ich noch ein bisschen besser arbeiten. Nachts braucht man natürlich immer ein bisschen mehr Strom, wenn man die Lichter hat. Ob das Lichter könnte ich natürlich auch holen. Okay. Wo bleiben die Gegner? Die sollten noch langsam auf mich zustürmen. Ich halte es nach wie vor ihren Wald ab. Naja, immerhin haben wir eine schöne Laufschneise inzwischen. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Das ist ein bisschen mehr Gegner gewesen, als ich erwartet hatte. Aber dafür relativ gut überlebt. Dieser vorgeschobene Außenposten, man. Der haut rein. Die Sache ist nur, ich habe absolut keine Ahnung, wie es mit der Energieversorgung an sich aussieht. Wie es aussieht. Da ist ein freaking Balken hier, der sagt, wie es mit der Energie aussieht, mit den Akkumulatoren. So, die Akkumulatoren haben, ja, die braucht man nur, wenn Gegner angreifen. Wow, 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 wow. I'm sorry, I'm busy. So spaßig, so spaßig. Das macht viel zu viel Spaß. Also, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. See you, Leute. Bye, bye.